Krokodil Hunter Rápido Literary Il Blonde Spray Sp Bay продук Wo bleibt mein Kakao? Ich glaub, du hast Bernhard. Rock'n'Roll-Musik? Bernhard, du hast gesagt, du kümmerst dich um mich, auch wenn ich 200 Kilo biege. Diese verdammten Kids mit ihrer Rockmusik und Pac-Man-Videospielen. Es ist mir egal, wenn mein Haus im Hintergrund abfackelt, weil ich den Topflamm voll in die Flamme geworfen hab. Ja, ja, gleich bin ich da, gleich mach ich euch wörtlich. Passt nur auf, jetzt kommt Opa! Mann, ist das staubig hier und voller Spinnenweben. Ja, ja, da sieht man's mal wieder, dass hier die Rocker wohnen. Ist es etwa leid, mich zu pflegen, Wurmschwanz? Oh nein, nein, mein Lord, es macht mir überhaupt nichts aus. Ich liebe es geradezu, euch mit Babybrei zu füttern und euch die Windeln zu wechseln. Ich, ich glaube, ich habe Muttergefühle entwickelt. Am liebsten würde ich euch meine Brust geben. Oh, Moment, ich bin fett, ich hab Brustlein. Hallo, Meister, hier ist der Schnulli, den du haben wolltest. Ach, vielen Dank. Kannst du mir doch eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Ja, ja, okay, also, pass auf, es war immer ein ganz kleiner, niedlicher Hund und der ist so durch den Wald gelaufen und weiß, schön und überall waren Blumen und dann kam so eine Hexe und hab die so voll mehr im Auto überfahren. Ach du Scheiße, eine Schlange! Ach, das ist nur Nagini, verdammt. Also entweder hat Nagini gesagt, da steht ein Mann vor der Tür und belauscht uns oder sie wird von einem strange in Australien namens Steve Irvin verfolgt. Ist er nicht tot? Ich kann ihren Dialekt nicht so gut einordnen. Was jetzt, Meister? Mach den Eindringling fertig. Ja, Meister! Ich, äh, äh, ähm, ich war, ich hab nicht, also, äh, ähm, also ich wollte... Ah, Meister, wo bleibst du denn? Oh yeah, Pamela Anderson, Gina Wilde, Heidi Klum, Hugh Jackman. Perry. Was, wieso, warum, was machst du hier? Schon mal was von Privatsphäre gehört oder von Anklopfen, hä? Was willst du, die Tür stand offen, außerdem hat man dich bis unten in die Küche gehört. Wach auf, Ron, wach auf! Was, was machst du hier? Na, ich dachte, ich komm einfach nur so um drei Uhr morgens, ohne Grund zu euch und weg euch. Wir machen doch heute den Ausflug, ihr Wichser. Manu, ich hab so schön geträumt von Mettklöschen, hä? Kommt nun, Kinder, Ausflug geht los. Kommt, wir singen jetzt unser Reiselied. Ich kenn ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Ich kenn ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Moin. Moin Arthur, na, wie geil die dat. Jo, ganz gut, aber die Kinder haben nach 200 Kilometer schlapp gemacht. Und, wie geil die dat, wo ist überhaupt dein Sohn? Wollt ihr da nicht mitkommen? Nix passiert. Guten Tag, du bist der Junge, der am Ende stirbt, ne? Äh, so dumm, ey. Oh mein Gott, du bist Harry Potter, oder? Hey, freunde dich nicht zu sehr mit meinem Sohn an. Der stirbt nämlich am Ende vom Film. Okay, danke. Dad, wie lange müssen wir denn noch gehen? Wohin geht der Ausflug überhaupt? Ich sag nur eins, Disneyland. Nö, ist es nicht. Oh mein Gott, nein. Das kann ja wirklich wahr sein, das ist ja besser als Disneyland. Ein Ausflug zu einem Schuh. Dad, das muss ja wahnsinnig teuer gewesen sein. Der ganze Weg nur wegen so einem alten Gamble-Schuh, das kann ja wohl nicht angehen. Halt die Fresse, unsere Familie kann sich nicht mehr leisten, du Pitter. Du bist fast alle den Schuh an. Oh, ich will auch den Schuh an. Ich hab Scheiße angefasst. Oh, das bringt Glück. Harry, willst du auch Scheiße anfassen? Nein, äh, nein, nein. Oh, jetzt geht das richtig. Nooooooo! Wer macht mir das so? Ich mach mir das so. Oh, 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 ich mach mir das so. Was, was war in dem Schuh? Auf was fürm Tritt bin ich denn hier? Gott, wir können fliegen. Was zum Geier ist hier los? Wo, was ist... Hi, ich hab mir die Nase geputzt. Wollen wir Freude sein? Okay. So, dann wollen wir mal weitergehen. Hey, hey, was war das gerade? Hey, fandet ihr das nicht auch unnormal? Hallo? Hey, wartet auf mich. Hey, hört auf mich zu ignorieren. Hey, ich... So, dann... Oh, was ist hier denn los? Kaufen Sie, kaufen Sie meine Puzzle-Bälle. Kaufen Sie. Die kann jetzt fliegen, die sind toll. Geklaute Autoradios, wer möchte ein geklautes Autoradio? Alter, ist ja geil hier. So, da wären wir. Das ist unser Zelt. Kommt mal rein, dann könnt ihr rausgucken. Okay. Hui. 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 So, und ich auch noch. Aber wenn die ganze Familie vorher zuhause war, wer hat dann das Zelt aufgebaut? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was haben die Kinder da wieder alles eingepackt? Meine Madman-Actionfigur. Und Stein-Sandwiches. Oh, das ist ja nur mein Lieblings-Effekt. Ich geh ins Schlafzimmer. Ich auch. Oh, ja, wie findest du, Bude? Geil-O-Matico. Arrrraa-A-A-A-A-A-A-A-A Wow, ich kann unser Haus von hier sehen! Na, sieh mal eine Uhr an. Die Unterklasse ist eine Etage höher als ich. Ist das witzig, Dad? Oh man, du machst echt die beste Witze. Ich meine, das ist so witzig, wenn man darüber nachdenkt. Fand mal in die Fresse, das ist überhaupt nicht lustig. Ach, komm, wir hauen ab, ey. Mein Lieblingsfinger. Oh, da war eine Fliege. Ich wollte sie nur verscheuchen. Danke. Hey, Quidditch-Meister wird nur der SVW. Komm, da kommt es. Oh, anscheinend hat niemand dem SV Werder Bremen gesagt, dass es sich hier um Quidditch handelt und nicht um Fußball. Tja, und weil sie nicht fliegen konnten, mussten sie alle sterben. Alter, Leute, die sind abgestürzt. Nein, sie sind geflogen. Sie haben geflogen. Wir sind völlig verrückt. Ihr lebt in einer Traumwelt. Ha, ha, man lebt in der Realität. Ha, ha, real life fact. LOL, roffel, roffel, LOL, 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 LOL. Hey, los, ich klappe dich. Hört ihr das nicht? Ich glaube, es ist Krieg draußen. Schnell alle raus. Oh Gott, oh Gott, schreck dich. Wer greift denn überhaupt an? Ich sag nur eins. Die Russen sind da. Achtung, Achtung, Ferdin, es herrscht Krieg. Bitte rennen Sie jetzt, schreibe Kreis. Danke. Oh, okay. Schnell, komm hierher, Harry. Mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir. Scheiße, Laterne laufen. Warum löschen die Sterne und löschen wir? Harry, Harry, komm schnell, komm. Ja, Moment, ich komm gleich. Ein Moment. Harry. Ja, gleich, ich komm noch gleich. Harry. Ja, ich wollte noch ein Autoradio kaufen. Moment, wo war denn der Stand hier jetzt nochmal? Mein Licht geht aus, wir gehen noch aus. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Ich liebe diesen Song. Bim, bim, bim. Bim, bim. Wo ist ich denn hin? Wo ist ich denn hin? Wo ist ich denn hin? Ich bin hingefallen. Ich kann nicht alleine aufstehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich hoffe, wir können bald aufhören zu rennen. Hilfe. Ich glaube, das reicht.